Hallo, heute möchte ich euch meinen Tipp zum Thema Lippenfältchen geben. Wie ich meine Lippenfältchen wegbekommen habe. Hier diese Plissé-Fältchen, die ja viele ärgert. Man sagt ja auch Raucherfältchen, das stimmt aber gar nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, das ist auch eine hormonelle Geschichte. Diese Lippenfältchen könnt ihr wirklich minimieren. Und so habe ich das gemacht. Also das Tonic erzähle ich euch nichts Neues. Es ist ganz wichtig zur Reinigung der Haut und Vorbereitung. Hier sind Schleusstoffe enthalten, die die Inhaltsstoffe in die Haut transportieren. Und der Filler-Fa-Face war das erste Produkt, das ich verwendet habe von Jukheim. Und da kamen dann schon so die ersten Feedbacks von Freunden und Bekannten. Wow, du siehst aber heute frisch aus, hast du ausgeschlagen oder deine Haut ist ja so gefüllt. Und das ist auch das Geheimnis von dem Filler. Denn er füllt tatsächlich Falten auf. Es ist ein harzes Gurgulbaumes enthalten. Und das kann das Unterfettgewebe der Haut wiederherstellen. Deswegen werden die Falten aufgefüllt. Und ich habe den über das ganze Gesicht aufgetragen. Und dann eben diese Lippenfältchen nochmal zusätzlich eingecremt und so ein bisschen eingeklopft und draufgelassen. Und so habe ich meine Lippenfältchen mitgekommen. Wenn ihr Fragen habt zum Produkt, schreibt mir gerne. Und eine tolle Kombination ist das Extreme 4 Minutes dazu. Aber dazu mache ich noch ein separates Video, weil das ist auch ein absolutes Wunderwerk der Hautstraffung. Bis bald!